Auftakt zur Qualification-Round für den EHC Lustenau. In der Gruppe B der Alps-Hockey-League trafen die Löwen in der heimischen Rheinhalle auf die Adler aus Kitzbühel. Die Gäste, nur zwei Tage davor mit einem 6-3-Erfolg über Miran, gingen sehr beherzt in die Partie und setzten Lustenau unter Druck. Dies sollte sich auch bezahlt machen. Bereits in der dritten Minute erzielte Martin Urbanek den Führungstreffer für die Gäste. Durch diesen schnellen Rückstand ließen sich die Lustenauer jedoch nicht aus dem Konzept bringen. Die Löwen zeigten Herz und kamen in weiterer Folge zu einigen Möglichkeiten. Es sollte allerdings ein wenig dauern, bis auch die Gastgeber jubeln durften. In der zwölften Minute war es dann aber soweit. Nach schöner Vorarbeit von Mats Larsen und Ryan Hayes war Kapitän Max Wilfern höchstpersönlich zur Stelle und netzte zum 1-zu-1-Ausgleichstreffer ein. Mit diesem Spielstand ging es auch in die erste Pause. Zu Beginn des zweiten Spielabschnitts war Lustenau die dominierende Mannschaft. Wilfern und Co. erspielten sich einige gute Möglichkeiten. Immer scheiterten die Hausherren jedoch an Rickard Hanses. Der Schlussmann von Kitzbühel erwischte einen blendenden Tag und konnte insgesamt 33 Schüsse parieren. In weiterer Folge waren es dann die Tiroler, die dem Spiel den Stempel aufdrückten. Doch auch die Cracks des ERC Lustenau konnten sich auf einen starken Rückhalt verlassen. Kiepper Erik Hanses war immer wieder zur Stelle und konnte sich des Öfteren auszeichnen. So wurden beim Zwischenstand von 1-zu-1 zum zweiten Mal die Seiten gewechselt. Die ersten Minuten des Schlussabschnitts gehörten dann erneut den Lustenauern, doch vorerst wollte kein Treffer gelingen. Knapp acht Minuten vor Spielende klingelte es dann aber erneut in der Rheinhalle. Allerdings waren es die Gäste, die die jubeln durften. Rasmus Lanavik brachte die Gäste zum zweiten Mal an diesem Abend in Führung. Neuer Spielstand 1-zu-2, noch blieb aber genügend Zeit, um zurückzuschlagen. Lustenau zeigte Moral, steckte nicht auf und kam zu einigen Möglichkeiten. Fünf Minuten vor Spielende kassierte Kitzbühel eine kleine Bankstrafe. Paliera durfte sich ausruhen und die Gastgeber nun mit einem Mann mehr auf dem Eis. Dies nutzte Lustenau eiskalt aus. Nach nur sieben Sekunden in Überzahl passte Crystal Wies auf Max Wilfern. Der Kapitän leitete die Scheibe weiter und Philipp Pöschmann traf zum umjubelten Ausgleichstreffer. Nach 60 Minuten lautete das Spielstand 2-zu-2 und das Match ging in die Verlängerung. Da auch in der fünfminütigen Overtime beiden Teams kein weiterer Treffer gelang, musste die Partie im Penaltyschießen entschieden werden. Bei den Gästen aus Kitzbühel scheiterten alle drei Schützen und auch beim ERC Lustenau konnten die ersten beiden Schützen den Penaltys nicht in Torium münzen. Letzter Schütze auf Seiten der Gastgeber war Kevin Puschnik. Dieser ließ dem Gästetorhüter keine Chance und erzielte den alles entscheidenden dritten Treffer für Lustenau. Somit konnte Lustenau den Rückstand auf Tabellenführer Kitzbühel verkürzen und über den ersten Sieg in der Zwischenrunde jubeln. Wir haben gewusst, dass die schwer zum Spielen sind, die kämpfen brutal und wir haben eine gute Moral bewiesen. Wir haben leider noch im dritten Drittel gekriegt, aber super zurückgekämpft, ich brauche die Tore geschossen. Der Erik ist im Spiel gehabt und ich finde, wir haben verdient gewonnen. Du hast es gesagt, zweimal war der ERC Lustenau im Rückstand. Der ERC hat komplette Moral bewiesen, ist zurückgekommen gegen eine doch körperlich sehr starke Mannschaft. Ja, ich finde, da können wir stolz drauf sein. Wir haben nie aufgegeben, wir haben uns gelobt. Und ja, wenn wir unsere Chance besser verwerten, dann geht es nicht einmal in Doberthalm meiner Meinung nach.